Wir könnten mein Haus in Südfrankreich verkaufen. Wir können aber auch hinfahren in unser Haus. Haben wir doch gar keine Zeit. Was wollt ihr denn für das Haus haben? Ich verkaufe nur Objekte, die ich auch gesehen... Was ist denn? Ich springe in die ganzen Flasche. Was machst du hier? Wie schön. Das Tolle an deinem Stimmenverlust ist, wir können gar nicht streiten. Und du hast mir zu. Willst du nicht oder kannst du nicht? Ich finde, wir fahren morgen wieder zurück. Was willst du denn hier? Ihr zwei, ihr müsst mal wieder ein bisschen Spaß haben zusammen. Und das ist bei Barbara, das wird eine richtige Ü50-Party. Auf die Liebe, auf die Freundschaft. Was macht ihr denn da mit meiner Frau? Na, flirten. Wir sind hier in Frankreich. Ja, aber... Stehst du auf den? Ich würde den auch nehmen. Aber er pflückt sich junges Gemüse wie deine Tochter. Das ist so tolle. Wir können hier reinpacken mit unseren Hängetitten. Das ist das. Ich habe überall den. Ich finde Frank toll. Der ist unkompliziert. Sagt, was er denkt. Macht, was er will. Keine ständige Subtextsuche wie bei uns in der Familie. Le midi est toujours l'eau qui coupe qui fait. Also, unser Leben, bist du eigentlich glücklich damit? Oder stellst du dir ein anderes Leben vor? Hallo. Salut, Jean-Pierre. Auf die sexlose 50er! Wolltest du doch mal mit mir schlafen? Also, ja, also früher wollte ich. Vielleicht. Ich will jetzt.